Theaterspielen Stehen Sie gerne auf einer Bühne? Zeigen Sie gerne an einem Publikum das neuste Werk? Im Kurs Theaterspielen lernen Sie Körpersprache. Sie lernen, etwas ganz leise zu sagen. Sie lernen, wie es sich anfühlt, wenn Sie etwas ganz verrückt sagen oder eher traurig oder ganz glücklich. Sie schlüpfen in verschiedene Rollen und entwickeln gemeinsam in einer Gruppe ein Bühnenstück, das Sie am Schluss des Kurses am Publikum zeigen können. Wenn es heisst, Vorhang auf. Melden Sie sich an, wenn Sie Lust haben auf Theaterspielen. Viel Spass!